Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich geärgert. Ich habe mich dramatisch geärgert, über die Entscheidung der dänischen Staatsbahn 100 Züge zu kaufen, in dem Wissen, dass sie in Deutschland nicht einsetzbar sein werden. Deshalb habe ich diesen Änderungsantrag gestellt, den jetzt die Antragsteller übernommen haben, was ich herzlich positiv finde, denn ich will noch mal darauf hinweisen, dass das auf dänischer Seite ganz einfach gewesen wäre, eine andere Entscheidung zu treffen. Wir haben zum selben Zeitpunkt auch 40 Züge desselben Typs bestellt. Das ist Alstom als Lieferant, die Korodia Stream bauen. Und 23 der 40 Züge, die wir gezahlt haben, sind in beiden Netzen einsetzbar. Das wäre also auf dänischer Seite ein leichtes gewesen, auch ein paar davon zu kaufen und nicht nur 100, die nur jetzt von Tinglev aus nach Sonderburg abbauen müssen. Die Entscheidung dieser, der dänischen Staatsbahn und damit auch ein Stückchen weit zugelassen durch die dänische Regierung, hat mich geärgert. Sie ärgert mich nach wie vor, weil sie, liebe Kollegin Nietzsch, ein Stückchen Auswirkungen haben dürfte, auch auf das Thema, was es am Welt tatsächlich möglich ist. Denn diese 100 Züge sind ja nicht gekauft, um nur auf der Jütlandroute eingesetzt zu werden, sondern diese 100 Züge sind im ganzen dänischen Netz gebaut. Das heißt, sie sind auch in der Weltquerung nicht einsetzbar. Und da solche Züge keine Lebensdauer von acht bis zehn Jahren, sondern von 30 Jahren in der Regel haben, dann wissen wir damit heute auch schon, dass entweder wir die entsprechenden Züge zur Verfügung stellen und Dänemark mitbestellt oder aber eben nichts an grenzüberschreitendem Verkehr stattfindet. Das ist extrem bedauerlich. Und ich finde, dass die Landesregierung das in ihren Gesprächen mit der dänischen Staatsregierung auch deutlich machen muss, weil das ein Stückchen Affront ist. Vielleicht hat ja die dänische Regierung einfach ein bisschen aber auch auf die Nah-SH-Zahlen geguckt, denn die sollten uns auch ein bisschen ernüchtern. Kolleginnen und Kollegen, 2022 hat die Nah-SH ein bisschen mal geguckt, wie viele Menschen sind denn da tatsächlich unterwegs. Und pro Zug festgestellt, dass 43 Reisende den grenzüberschreitenden Zug genutzt haben. Bei neuen Verbindungen waren das pro Tag tatsächlich sage und schreibe 387 Personen. Der Aufwand, den wir getrieben haben, um dafür extra Züge zu kaufen, ist schon gewaltig, meine Damen und Herren. Das müssen wir auch mal ganz deutlich sagen, dass wir da viel Geld ausgeben für eine Strecke, die dann doch mit 387 Personen am Tag nicht unbedingt zu den stärkst Befahrenen gehört. So viel zu diesem Teil. Und ich werde jetzt, Kollegin Nietzsch, meinen Änderungsantrag zurückziehen. Und wir werden trotz der nicht ganz unberechtigten Kritik des Kollegen Dürrbrug eurem Antrag zustimmen. Weil ich überhaupt nichts dagegen habe, dass man natürlich jetzt mit Dänemark darüber verhandeln muss, wie man aus diesem Desaster etwas Besseres macht. Denn gucken, dass wir mindestens mal bis Fredericia kommen. Nach Kopenhagen kommen wir nicht mehr, aber bis nach Fredericia zu kommen, das ist allemal richtig. Und der Kollege Dürrbrug hat natürlich insoweit völlig recht, dass die Landesregierung an der Fertigstellung der Fehmarnweltquerung überhaupt nichts sicherstellt, weil das die Vorhabenträger tun oder aber eben diejenigen, die schon an der Fehmarnweltquerung bauen oder an der Fehmarnsundquerung eben auch nicht. Das stimmt alles. Auf der anderen Seite sind die Gespräche mit Dänemark über die Frage, wie die grenzüberschreitenden Verkehre der Stadt eben notwendig. Und deshalb sage ich mal, in der Sache ist das Ziel, diese Gespräche zu führen, richtig. Und deshalb unterstütze ich auch den Antrag, weil es im Ergebnis richtig ist, das zu führen. Wir sollten jetzt hier nur nicht so tun, als ob die Landesregierung gerade maßlos daran arbeitet, die Hinterlandanwendung des Fehmarn-Bails übrigens sicherzustellen. Und eine klitzekleine Antwort kann man geben, Kollege Dürrbrug. Was passiert 2029 eigentlich, wenn die deutsche Seite nicht fertig ist? Dafür gibt es ein paar klare Dinge. Im Planfeststellungsbeschluss für die Fehmarn-Bail-Querung steht, dass solange kein genügender Lärmschutz auf deutscher Seite zwischen Hamburg und Puttgarden existiert, die Güterzüge in der entsprechend vorgesehenen Form nicht durch den Welt fahren dürfen. Das ist auch eine der schwierigen Themen, die wir damit verbinden müssen. Der letzte Punkt, den die CDU da reingefriemelt hat nach dem Motto, wir sollen auch nach Pattbork gucken, also von Hamburg nach Pattbork, hat mit dem Antrag nichts zu tun, ist aber nicht falsch, weil grenzüberschreitend ist das natürlich in Wahrheit nicht. Es ist aber eine wichtige Verbindung in unserem Lande. Deshalb bin ich immer dafür, dass man gerne darüber redet. Die Aussichten auf Erfolg, Kollege Kilian, da wünsche ich viel Spaß. Denn im Verhältnis zu dem, was die anderen Strecken, die in Deutschland ausgewählt worden sind, angeht, handelt es sich um eine eben doch dann gering befahrene Strecke. Aber die Bemühungen sollten wir auf jeden Fall eingehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.